Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wir reden hier nochmal über Ursache und Effekt, über Liebe, über Selbstliebe und über das Verurteilen. Das Verurteilen von anderen Menschen. Ich kann nur ein starker Mensch sein, mich selbst lieben, wenn ich mich auch stark in unserer Gesellschaft verhalte. Wenn ich auch stark bin in meinen Werten, wenn ich stark bin in dem, was ich weiß, was ich will, was ich weiß, was für mich richtig ist und falsch ist. Wir reden hier auch oft darüber, dass es kein richtig und kein falsch gibt, aus Sicht des gesamten Universums. Aber es gibt bestimmte Regeln in einer bestimmten Gesellschaft und bestimmte Dinge, an die ich mich halte, wenn ich etwas tue, was zu dieser Gesellschaft gehört. Zum Beispiel eine Regel in unserer Gesellschaft ist, dass ich nicht stehle, dass ich nicht betrüge und dass ich mich auch zum Beispiel an eine gewisse Etikette halte. Dass ich mich beim Bäcker nicht vordrängle. Das sind kleine Dinge. Da mag jemand sagen, das ist lächerlich, aber es gehört mit zu unserer Gesellschaft. Und nur, wenn ich ein starker Mensch bin, kann ich mich selbst lieben. Die Selbstliebe, nicht aus dem Ego heraus, sondern die Selbstliebe, die mir zeigt, die dazu führt, dass ich ein starker Mensch bin. Denn diese Selbstliebe führt auch dazu, dass ich andere Menschen lieben kann und damit auch ein wunderbarer Mensch, eine wunderbare Seele hier auf dieser Erde sein kann. Und deswegen hier nochmal, alles, was ich tue, alles, was ich tue oder auch, was ich nicht tue, alles, was ich tue oder nicht tue, alles hat immer auch einen Effekt. Ursache und Effekt. Alles, was ich tue. Und ja, es kann sein, dass ich zum Beispiel lüge. Ich lüge und lüge und lüge. Und ich komme damit durch. Ich komme damit lange und ich komme damit oft durch. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich damit nicht mehr durchkomme. Oder ich entscheide mich, bestimmte Dinge nicht zu tun. Aus Egoismus oder weil ich das im Augenblick nicht so wichtig finde, weil es keine Priorität hat. Und dann entsteht irgendwann daraus der Effekt. Wenn ich die Verantwortung nicht übernehme für mich, für mein Handeln. Oder ganz einfaches, blödes Beispiel. Ich liebe Hamburger. Ich liebe Pommes. Ich liebe übrigens auch Pommes. Ich liebe sie. Und wenn ich dann sage, ich liebe diese Pommes so sehr. Oder ich esse jetzt jeden zweiten Tag. Nicht jeden Tag. Nicht einmal jeden Tag. Ich esse jeden zweiten Tag eine große Portion Pommes. Dann weiß ich, dass der Effekt davon, wenn ich nicht vielleicht jeden Tag 20 Kilometer jogge. Dann weiß ich, dass der Effekt irgendwann der sein wird, dass mein Körper rebelliert. Dass ich nicht mehr so gesund bin. Nicht so gesund, wie wenn ich zum Beispiel eine ausgewogene Ernährung hätte. Auch mit Gemüse. Auch mit ein bisschen Fisch vielleicht. Auch mit frischen Säften, gesunden Säften, Salate und so weiter. Ganz klar, dass wenn ich jeden zweiten Tag mich von Pommes frites ernähre, dass ich dann irgendwann den Effekt sehe. Vielleicht sogar sehe. Oder auch spüre, dass ich müder bin. Kohlenhydrate. Viele Kohlenhydrate machen übrigens müde. Ursache und Effekt. Und dann die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Das kommt nämlich als nächstes. Ich stelle fest, dass in unserer Gesellschaft immer weniger Menschen, ich will nicht verurteilen, aber ich merke es einfach. Ich habe es gestern wieder gemerkt, während einer Veranstaltung. Dass immer weniger Menschen bereit sind, Verantwortung für ihr eigenes Tun zu übernehmen. Die Verantwortung wird weggeschoben. Die anderen werden es schon richten. Es wird schon alles gut gehen. Es hat immer gut gegangen. Laufen lassen. Das Leben hier auf dieser Erde, wo wir sind, ist nicht einfach. Wir haben sehr viele Verantwortungen. Sehr viel Verantwortung. Gerade als Mensch. Und sehr viel Verantwortung bedeutet auch sehr viel Tun. Und manchmal sind das Dinge, die mir nicht gefallen. Aber diese Verantwortung gehört mit zu seinem Sein. Zu meinem Sein. Und diese Verantwortung bedeutet vor allen Dingen in allererster Linie wirkliche Liebe zu mir selbst. Wirkliche Liebe. Nicht die Liebe aus dem Ego heraus. Wie gesagt, jeden Tag die Pommes essen. Oder eine bequeme Liebe. Ja, manche verwechseln das. Verwechseln Selbstliebe, Eigenliebe mit ein bequemes Leben haben. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Selbstliebe bedeutet harte Arbeit. Harte Arbeit an mich selbst. Harte Arbeit an meine Werte. Harte Arbeit an meine Ursache und Effekt. Und es bedeutet auch sehr, 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 sehr oft Nein zu sagen. Sehr oft Nein zu sagen zu dem sogenannten bequemen Weg. Nein zu sagen zu dem bequemen Leben. Natürlich, jeder von uns möchte ein bequemes, ein schönes Leben. Am liebsten gemütlich. Am liebsten ohne Ärger. Ohne Sorge. Ohne Auseinandersetzung. Aber so funktioniert es nicht. Auseinandersetzung. Unbequeme Situationen. Nein sagen. Sich auch, ja, sich auch konfrontieren mit einer Situation. Das gehört mit dazu. Und ich kann weglaufen vor den Auseinandersetzungen und auch vor den Problemen und auch vor der Situation. Ich kann immer sagen, es wird sich schon irgendwann lösen. Ursache und Effekt. Wenn ich immer weglaufe, irgendwann bekomme ich den Effekt. Irgendwann bekomme ich den Effekt für das, bekomme ich die Quittung für das, was ich getan oder auch für das, was ich nicht getan habe. Alles, was ich tue, bedingt etwas anderes. Und alles, was ich nicht tue, bedingt auch etwas. Und es gibt Menschen, die sagen, ich habe noch so viel Zeit, noch so viele Jahre. Jetzt habe ich erst mal Spaß. Jetzt genieße ich nichts gegen zu sagen. Ganz wunderbar. Aber es ist ganz klar, dass ich dann vielleicht irgendwann da stehe und sage, ja, vielleicht hätte ich das doch anders machen sollen. Die Zeit läuft mir jetzt davon. Und viele Menschen merken das leider erst, wenn sie älter werden. Wenn sie sagen, ja, jetzt bin ich schon 50. Und das ist immer noch nicht passiert. Meine Träume habe ich immer noch nicht verwirklicht. Lebt, lebt, lebt. Nicht auf Teufel komm raus, nicht auf Kosten anderer, sondern tut das, was ihr tun wollt. Überlegt euch gut, welchen Schritt ihr geht. Überlegt euch gut, was ihr tun wollt, was auch wirklich eure Seele will. Ja? Und ich weiß, manchmal ist es bequem zu sagen, ich möchte nirgendwo anecken. Ich möchte, dass alle mich mögen. Ich möchte der geliebte Mensch sein. Glaubt mir, wenn es hart auf hart kommt, wenn es eine Auseinandersetzung gibt, erst dann lernt ihr oft, nicht immer, aber oft, das wahre Gesicht eines Menschen kennen. Viele von euch wissen das, mit Sicherheit, ja? Erst dann, wenn ich in der Krise der Ehe stecke, in der Krise der Beziehung, dann lerne ich das Gesicht des Partners kennen. Ein Gesicht, welches ich bis jetzt vielleicht noch niemals kannte, weil wir uns immer wunderbar schönes Wetter vorgespielt haben. Manchmal ist das nicht so. Manchmal kenne ich den Partner, kenne ich ihn sehr, sehr gut. Manchmal kenne ich ihn gar nicht und lerne ihn dann erst kennen. Da kann ich ein Lied davon singen. Von Menschen, die ich kennengelernt habe in der schwierigen Situation. Wo alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Ganz wunderbar. Wo ich auch immer positiv mit umgegangen bin. Und dann zeigen sie ihr anderes Gesicht. So, und jetzt nochmal hier für euch gesagt. Dann kann ich mich zurückziehen in meine Opferrolle und sagen, seht ihr, die Welt ist böse. Die Menschen sind alle anders, als ich dachte. Das ist wieder genauso, wo ich schon mal drin war in so einer Situation. Die Welt ist nicht böse. Die Menschen sind nicht böse. Es gibt Menschen, die denken an andere. Und es gibt auch Menschen, die sind in ihrem Ego. Die denken nicht an andere. Die denken nur an sich selbst. Übrigens, das können auch Menschen sein, die sehr, sehr politisch korrekt sind. Die alles richtig machen und trotzdem an sich selbst denken. Nur an sich selbst denken. Ich bin niemals ein Opfer. Ich bin jemand, der stark ist. Der versucht, eine Situation zu lösen. Wie gesagt, Ursache und Effekt. Alles, was ich tue, hat immer einen Effekt. Geht nicht in die Opferrolle rein. Sondern handelt immer aus eurer Stärke heraus. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen einen sehr starken, powervollen, wunderbaren Tag. Mit vielen Auseinandersetzungen übrigens. Und danke, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt. Bitte schau. Und hier sehe ich es. Vielen Dank.